Nova Lana Love und ihr Mann DJ Yeezy sind getrennt. In den vergangenen Tagen machen bereits immer wieder Gerüchte die Runde, dass bei der Influencerin und dem Produzenten alles aus und vorbei ist. Es kursiert sogar ein Video, das darauf hindeutet, dass der Musiker fremdknutscht. Jetzt bestätigt Farina, wie die Beauty mit bürgerlichem Namen heißt, die Trennung. Ich habe mich darauf vorbereitet und verlasse das sinkende Schiff erhobenen Hauptes. Zudem betont die Mutter einer Tochter, dass die Ehe auch in der Vergangenheit turbulent ist. Die Beziehung war immer ein Auf und Ab. Ich bin nicht taub und nicht blind und es sind viele unverzeihliche Dinge passiert, aber wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann bekommt er diese. Trotzdem blickt Farina positiv auf die vergangene Zeit mit ihrem Mann. Die sechs Jahre waren keine Verschwendung, denn es gab wunderschöne Momente und daraus ist mein gesundes, wunderschönes Wunschkind entstanden, wofür ich immer dankbar sein werde. Und jetzt will sich Nova Lana Love erst einmal darauf konzentrieren, sich von dem Liebes aus zu erholen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020